Ich rede nicht mit Schlimmerwüsten. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht oder warum mögen Sie keine Reporter? Kriegsreporter verdienen ihr Geld mit dem Leid anderer Menschen. So gesehen haben wir mit den Ärzten noch viel gemeinsam, oder? Was erwartet uns dort? Wie soll es dann aussehen? In einer Stadt, die seit einer Woche rund um die Uhr bombardieren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017